Ja, schon Aufnahme, du gehst dir jetzt, hast du 100% Lebensenergie, hast du 100% Lebensenergie, 1. Chakra, 2. Chakra, 3. Chakra, 4. Chakra, 4. Chakra, 5. Chakra, 6. Chakra, 7. Chakra. Also, ist dein Herz, dein Herz ist wunderbar, deine Lungen, deine Leber, ist alle innere Organe, ist wieder gut, hast du Riesel, hast du noch Riesel, hast du noch Ladungen, ist alles gut für dich, kannst du wieder laufen, kannst du wieder laufen, darf ich einratter sehen, damit du wieder laufen kannst, Ja, ein Gatte, zwei Gatte, drei Gatte. Okay, und du gehst zwei Foto, kannst du mehr, okay? So, drei Gatte, ein Gatte, zwei Gatte, drei Gatte, dass du wieder laufen kannst. So, drei Gatte, 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 drei Vielen Dank.